guten tag hier ist der guzua wir haben ja mittlerweile das weihnachtsupdate seit donnerstag also heute ist ja noch bei mir donnerstag ihr wisst selber zeitversetzt und so was der guzua macht es möglich so wir wollen uns natürlich gerne wieder eine mauer gönnen 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 wie fandet ihr das mit dem mit dem video also wie gesagt echt probiert das base technisch echt mal aus wie übel das bei euch hoch juckelt weil es ist schon ziemlich krass wenn man in den lockt guckt und einfach immer nur ja der angriffs lockt sieht natürlich geil aus aber hier immer nur irgendwie pokies geschenkt bekommt das ist schon ziemlich krass so meine halloween kessel habe ich immer noch mal gucken ob eventuell wieder was schönes dazu kommt so schauen wir mal seid beide hier kommt ja genau das müsste jetzt das erste video sein nachdem ich wieder mir dings über die auszahlen konnte also wie gesagt ich glaube ich habe noch mal in einem der letzten videos auch noch mal darauf hingewiesen also wie gesagt app bounty link ist bei mir drinnen wenn ihr gratis gems haben wollt dann einfach mal da reinschauen und dann passt das weil dann wird nämlich einfach mal sowas auch wieder gemacht und so muss es halt eben auch sein sprich ich mache jetzt einen angriff danach haue ich für ihn einfach mal ein golem raus und fertig das ist einfach so und das darf man dann auch gerne mal machen 270k ich habe den king ich meine hier klar logisch ist natürlich ordentlich aber der in ferne auch noch der in ferne ist böse aber das dunkle krieg ich doch ich meine so ganz doof bin ich ja auch nicht jetzt wollen wir es sehen kriegt der guzo hin also es wäre sehr sehr geil aber wäre besser wenn ich mit dem ipad angreifen würde aber das habe ich jetzt nur nicht hier klare sache deswegen gucken wir erst mal was wir hier haben oh wir haben eine riesenbombe oh so king dann auf jeden fall barbaren dann den king ne den king noch nicht rage ne ich denke mal genau genau ich lenke erst mal den den dings ab hier den 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 infernoton und dann nochmal den king hier rein dass der hier halt wirklich richtig def machen kann ich denke mal das müsste so passen gerade so und jetzt will ich nämlich genau jetzt will ich nur nur noch das das dunkle ich will das dark elixir so ich gucke mal hier gerade jetzt sagt wie gesagt das wäre mit dem dings besser das wäre auf jeden fall ja genau einfach irgendwo rennt irgendwo hin scheiß egal wohin aber hauptsache ihr lenkt meine sachen ab ja genau und die ja so soll es sein so soll es sein und schon hat er total fair kate total soll ich noch was droppen egal ich droppe jetzt einfach alles vollkommen banane und dann sage ich mir halt auch okay ist halt nicht gelaufen ist halt für ihn nicht gelaufen ich meine klar oh ich habe die pokale verloren wie gesagt für mich sind die pokale scheiß egal ich muss nicht auf äh äh meister 2 sitzen garantiert nicht ich habe jetzt nur barge gehabt hat mich jetzt nicht wirklich viel gekostet ich habe nur zwei spells rausgeballert und das war's so mein video steht auf youtube bereit das ist sehr schön ich habe 1,7 k gemacht einwandfrei außerdem kann ich jetzt schön den golem für 675 k nicht k sondern 675 dunkles einfach mal raushauen yeah und da freut sich garantiert der tod und ja hier haben wir nur eine sache das geht natürlich so weg und dann passt das so wie gesagt dafür sind halt echt die gems da dass ihr halt wirklich auch seht ja nicht der gusor der gempt sich hier jetzt zeit oder sowas nein 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 ähm so mit dem lifehack wie fandet ihr das mit beide buttons zeitgleich drücken also auf dem iphone mache ich es mittlerweile nur noch jetzt muss ich wieder schön klicken aber ich meine das geht auch aber wie gesagt mit dem mit dem iphone ist natürlich dann um einiges einfacher dass man da halt wirklich beides einfach drücken kann so äh ich würde fast sagen wir gucken mal ob wir gerade einen klankrieg haben dann würde ich da nämlich kurz reinschauen immer mal ein bisschen was i come from germany sehr schön jo live angriff ah schade wir waren leider zu spät aber wir gucken mal rein wir sind alter das ist nicht euer fucking ernst alter da darf auch mal geklatscht werden also jetzt mal ohne scheiße habe ich ja schon pipi in den augen alter was geht denn hier kaputt leute also fetten alter die werden gerade richtig rumranzen alter richtig geil richtig geil da gucken wir die gucken uns auf jeden fall beide an ich bin gerade total daneben alter übel die müssen ja denken was gehen sorry ich bin gerade wirklich voll voll durch den wind alter den ersten als vierter ich meine okay er hat natürlich auch schon die truppen so weit durch klar alter verwalter respekt tot richtig fetter respekt auf jeden fall bin ich richtig gespannt hier schön mit den earthquakes einfach mal wirklich schon mal freigeräumt dass man da dann wirklich schön easy durchgehen kann klar peckers hätte ich müh später gesetzt eventuell aber das ist ja nicht weiter wild obwohl da waren die mauern schon offen richtig dann ist das vollkommen legitim alter war der schnell drinne basinga alter ja hier muss man jetzt gucken halt klar der king geht down logischerweise aber wenn der halt natürlich noch echt relativ viel dev aufnimmt wenn die magier noch dabei sind dann ist das natürlich eine geile nummer hier fängt er schon an mit den boogies queen die sollte noch eine weile halten die sollte noch ein bisschen ah schade jetzt auch gegen die wand ja klar ist vollkommen richtig in dem bereich jetzt gerade stopp 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 einwandfrei weil er hätte ja jetzt natürlich auch sagen können ah naja gut okay meine queen ist ja noch nicht ganz down dann rage ich die noch nicht beziehungsweise mach die ability noch nicht sehe ich nicht so hast du vollkommen richtig gemacht tot weil dann hat der boogie turm natürlich von der queen abgelassen weil die halt gerade unsichtbar war sie hätte natürlich oder der boogie turm hätte natürlich dann auch auf die boogies gehen können unser glück war es beziehungsweise das glück vom tod haha vom sensenmann war dass der boogie turm dann gleich auf den äh maxed out golem gegangen ist einwandfrei richtig geile nummer alter und wenn die die queen wird garantiert noch oh richtig edel das ist richtig geiles zeug das war man kann nicht mal ansatzweise von knapp reden ganz ehrlich sind wir ehrlich wir hatten noch vier ne noch mehr fünf magier richtig edel abgezogen das ding war verdienter three star auf jeden fall richtig geil schade auf den zehnten wurde es kein three star aber gucken wir mal rein immerhin ein two star alter bin ich geflasht gucken wir mal ein golem dabei 25 also ich habe ja jetzt schon mittlerweile immer wieder gehört dass für townhall 9 die schweinereiter taktik echt richtig gut ist ich habe das beim beim zuschauer lp ja auch mal gesehen der hat auch öfter mal die schweinchen dabei und da läuft das bei ihm auch aber wir haben echt auch low gegner muss man jetzt mal sagen ich meine der vierte platz ist noch nicht mal ansatzweise maxed der ist ja ganz ehrlich der ist stand 8 der ist stand townhall 8 klar der hat die beiden expos dabei okay aber ansonsten halt wirklich die magiatürme auf auf 6 das hält sich alles im rahmen queen hat das schon auf 5 okay aber trotzdem nova richtig geil richtig schön abgeliefert mal gucken wie das hier läuft also wie es läuft haben wir ja dann effektiv gesehen aber bin ich richtig überrascht er hat sich echt zeit gelassen nochmal aber wie gesagt lieber zeit lassen perfekt perfekt dass da wirklich nur ein lava loom drin ist easy going das sollte ja hoffentlich genau hoffentlich geht ganz schnell der minenwerfer down weil der halt sonst die magia gekillt hätte beziehungsweise gekillt hat eventuell auch so jetzt kommt da von oben gleich mit hox rein dann sind hier garantiert die riesenbomben auch schon einwandfrei ja klar war natürlich in dem fall klar hier bei einer riesenbombe bringt dann auch nichts mehr aber vollkommen richtig dass er vorher schon geguckt hat weil die wären eh dahin gesprungen ganz klare sache und es hätte ja sein können dass es keine doppel riesenbombe gewesen wäre aber hier auch nicht ansatzweise knapp das ist nicht ansatzweise knapp richtig gut gemacht überleg die queen noch komplette leben richtig geil alter verwalter und jetzt müssen wir uns natürlich dann auch noch mal den vom lucas geben das wäre jetzt einfach mal ein bisschen schade wenn das ja 10 auf 10 der hatte ein max drachen drinne und dann der der eigene gift ist nur auf 1 aber klar logisch da hat er erstmal schön den rausgeballert und guckt mal guckt mal was das mit dem max drachen macht jetzt klar okay jetzt wird es verfälscht durch die magier logischerweise klar einwandfrei hat er da hat er den richtig gut außer betrieb genommen und wie gesagt man hat ja genug zeit das geht klar cw ist immer so eine sache komm ich mit der zeit hin komm ich mit der zeit hin aber ich hab das ja wirklich ich muss ich bin da ja wirklich so diese zielperson die das voll abkriegt bei mir ist es ja wirklich immer so scheiße nicht richtig gelockt oder nicht zu lang nicht lang genug gelockt und dann ja kommt da eventuell doch noch irgendwas aus der clan book gekrochen oder sowas das ist natürlich nicht so toll so jetzt haben wir hier die peckers ja die schnetzeln ja auch schon gut auch wenn die nur auf zwei sind aber die gehen natürlich auch gut bloß wie gesagt muss man halt immer gucken dass die halt wirklich nicht draußen herumlaufen aber es klappt hier richtig gut das heißt die gehen hier wirklich gegen die wand und dann ist das schicki aber ja das war es also in dem bereich hier wird gar nichts mehr passieren ich denke mal golem wird nicht mal mehr die tesla kaputt kriegen na wenn dann gerade so und das war es dann auch schon weil halt wirklich mega viel drauf geht und dann bringt das halt natürlich auch nichts klar da kann man den fettesten golem überhaupt haben aber wenn halt nichts da ist was dann wirklich schaden in der gegnerischen dev macht dann ist da halt leider auch sense klar und da wird auch nicht mehr weil so viel passiert klar draußen herum klar logisch wird nochmal richtig gut rasiert aber im inneren bereich passiert da nichts mehr ganz klare geschichte ja die gehen sogar rein ja da wäre es sogar noch besser gewesen wenn sie halt wirklich draußen lang gerannt wären da hätte man noch ein paar mehr prozente bekommen ihr wisst ja selber wegen sowas kann man auch schnell mal gewinnen oder verlieren ganz klare kiste aber ansonsten ist das okay ah das ist ja richtig richtig edel dass wir einfach mal bei drei angriffen acht sterne haben richtig richtig geil ich zeig's im video mega nice also wie gesagt das ist einfach eine sache richtig geil das gefällt mir gut ich hoffe es hat euch auch gefallen und ich wünsche euch einen angenehmen tag ciao ciao üđ yo